So, klappe die Ass. Wir gehen rein zu TCG, Folge 181, Twitch Clips Germany, let's go, im Weihnachtsfeeling, let's go. Tatsächlich macht das halt auch nur der Hut. So, wir sagen alle ganz, ganz, ganz höflich, hallo YouTube, so ein Ding ist das nämlich. Zack, boom, Twitch Clips Germany ist am Start, hallo YouTube, ah, guckt mal, wie höflich meine Community ist. Ah, ihr seid so sweet, ich habe euch gut erzogen. So, tada, here we are, let's go. Wir starten mit Every Luna Ever, let's go, let's go. Ich bin sehr gespannt, ich bin sehr gespannt, ich bin sehr gespannt, wie die jetzige Folge sein wird. Ich brauche ein bisschen Aufmunterung. Währenddessen essen wir, die Leute, die das nicht abkönnen, es tut mir sehr leid, I'm so much sorry, aber ich muss essen. Let's go. Hallo zusammen, jetzt ist es soweit. Nehmt euch zurück und macht euch bereit für Twitch Clips Germany Zeit. Dieses Video wird euch präsentiert von PUBG Mobile. Ein kostenloses Battle Royale Spiel mit über 50 Millionen Spielern weltweit. Spiele Solo, Duo oder Squad in Battle Royale. Battle Royale, ist dir zu langweilig? Es gibt noch zahlreiche weitere Modes, zum Beispiel Waffenmeister, Arcade, Sniper Training oder Team Deathmatch. Es gibt regelmäßige Kollaborationen für Skins und Waffen mit Brands wie den Lamborghini, Spider-Man, No Way Home, Evangelion und worauf ich mich sehr freue, Dragon Ball. Dragon Ball. Das Football Royale Event. Zu diesem Event wurde der Fußballer Timo Werner als Partner genommen. Timo Werner ist mein Lieblingsfußballer. Naja, war das bei TCG2 nicht jemand anderes? Wann waren das bei TCG2? Wie hieß denn der andere? Messi. Ja, stimmt, das war doch Messi. Hä? Was? Seit er 2016 für RB Leipzig spielt. Chat. Wisst ihr, was das ist? Lüge. Und ich freue mich außerordentlich, dass er mit PUBG Mobile über die Weltmeisterschaft 2022 kooperiert. Limitiert und nur für diese Zeit gibt es ein exklusives Fußball-Royal-Kostüm, den Timo Werner offiziellen Avatar, ein Avatar-Frame. Digger, ich habe keine Ahnung, wie Timo Werner aussieht, aber okay. Timo Werner Graffiti und ein Space-Geschenk. Zudem unterstützt er das Spiel mit eigenen Posts auf seinen Social Media. Unbedingt mal auschecken und kostenlos downloaden mit dem Link in der Beschreibung. Das Schlimmste, was passieren könnte. Da hat sie gerade gesagt, fick dich. Was? Das ist irgendwie, man denkt immer, jetzt mal ganz ehrlich, wer kann das relaten, man denkt immer, wow, backen, voll geil, man macht den Teig, man macht so ein paar Ausstecherle, nach so den ersten 20 hat man... Er tut mir so leid, er tut mir so leid. Guckt euch doch bitte dieses Gesicht an. Guckt mal, wie happy der jetzt gerade war. Guckt doch mal, wie happy er einfach ist. Man macht den Teig, man macht so ein paar Ausstecherle, nach so... Oh Gott, oh Gott, der tut mir so leid. Oh nein, oh nein, der tut mir so leid. Auf den ersten 20 hat man keinen Bock mehr. Das ist übel laut. Also wer den Ton anhat, dann nicht wach ist. Was tut ich gerade so? Ich kann nichts sagen. Ich... Ich und Zeus, wir haben... Ich bin gerade hingefallen. Oh mein Gott. Okay. Dann hab ich gesagt, digi, digi, skr, skr. Und dann hat er gesagt, Mama, bitte, es reicht jetzt. Aber wirklich in so einem Ton. Was ist denn los, Bro? Und dann sagt, dann sagt mein 15 wirklich. Das ist eigentlich ein Satz, den hätte ich irgendwann mal droppen sollen als Mutter. Aber er sagt zu mir einfach, Mama, ganz ehrlich, ich bin nicht dein Bro, ich bin dein Sohn. Jetzt überfahre, dass du richtig Karte weg bist, Mann. Wenn du auf deinen Charakter klickst, heimat, dann kannst du auf die Karte öffnen. Nein! Oh nein! Jetzt wieder von ganz oben. Nein! Un-fucking-fassbar-dumm von mir. Nicht auf den Tisch. Konkretier doch mal einen Tiertrainer. Ähm... Ja, ich hatte... Na... Er hat den PC runtergefahren. Er hat den PC runtergefahren. Oh-oh! Oh ... Ich bin gestorben! Jetzt guckt sie doof. Hä? Nicht mehr sterben darf ich! Boah! Ja, ich hatte gerade voll Panik, dass sie jetzt einen Anfall hatte, ne? Ich hatte wirklich gerade Panik, dass sie irgendeine Art von Anfall hatte. Und deswegen so nach hinten, oh, Alter, die MFA in mir, ne? Junge. Ähm, ich will mal ganz kurz ein Mochi-Eis essen. Das liegt so vor mir, deswegen. Alex, erhöhe die Helligkeit von K. Entschuldigung, welches Gerät? K. Okay. Was wollte ich nochmal? Es ist schon sehr... Okay, das sieht cool aus, weil hier ist alles grün, aber so sieht das... Loi, sieht man mich durch? Sieht man mich durch? Hallo? Okay, ich bin gerade so hohl. Natürlich sieht man mich nicht durch. Das ist der Hintergrund von meinem Bildschirm. Ich habe nach 15 Minuten gemerkt, dass mein Mikrofon aus war, weil ich reingeguckt habe. Dann kam halt eine Freundin rein und wir wollten zusammenspielen. Und ich dachte, okay, jetzt gucke ich mal, ob das von dem Pegel her hinhaut. Und dann habe ich gesehen, okay, ich habe halt gar keinen Pegel. Was grundsätzlich ein Problem ist. Kitten ist die einzige auf der Welt, der einzige Mensch vielleicht sogar auf der Welt, die so aussieht und so ein Pullover anhat, als würde sie diese Parodiehändchen, diese Kinderhändchen aus Plastik so tragen und damit so rumgestikulieren. Aber es sind ihre Echten. Ich hatte ihr dann irgendwie so gratuliert zu irgendwas und hatte ihr die Hand gegeben. Da habe ich auch wirklich gedacht, so kleine Hände. Ey, no joke, ich habe auch diese Hände. Ich habe auch die Hände. Ich habe die erst letztens irgendwo gesehen. Ah ja, in der Box. Die habe ich da gesehen. Die habe ich auch. Ey, die waren damals trend auf TikTok. Ich habe sie mir dann auch geholt. Das dickste und stärkste an meinem Körper sind auf jeden Fall meine Beine. Die Leute sagen immer so, boah, ja, deine Brust und so, ne. Aber sobald ich dann die Hose runterlasse, sieht alles voll winzig aus im Vergleich, weil die Beine so fett sind. Ja, wie kann man auch stolz darauf sein bei Babypack? Das ist jetzt semi-geil. Das ist jetzt semi-geil. Nicht so vorteilhaft. Okay. Ähm, äh, ähm, äh, okay. Ja, wie sollst du das auch verstehen? Du hast ja noch nie gewonnen. Aber das ist so groß. Ich witte, da passt ein Fahrzeug durch. Scheiße, das war jetzt richtig schlecht. Oh, der ist mir genau entgegengekommen, als ich mich gerade da rein. Oh, wie schlecht war das? Alter, meine Brille ist kaputt, glaube ich. Oh no. Was hat er dir jetzt geschafft? Wie wäre er sich so auf die Rechenbrille direkt zurückgesprungen? Kann ich dir mal einen vorlesen, der hier auf der Wand steht? Ja, Christian, schließ mal. Hör mal mich. Ja. Der hat sich genannt. Je länger ich diesen Namen mache, desto mehr Platz verbrauche ich auf der Wall of Fame, damit wir die Spende ja immer effizienter in Bezug auf Euro pro Quadratmeter. Ist hier überhaupt ein Zeichenlimit oder kann ich hier noch eine Oper schreiben? Okay, es gibt ein Limit. Oh mein Gott, ist das gut, Alter. Am Ende kommt durch den Strichergesang, der was? Sprech... Oh Gott. Was lese ich denn? Am Ende kommt durch eine Sprecheransage der Strichergesang. Na klar, entschuldige bitte. Sein Kopf ist geplatzt? Sein Kopf ist nicht geplatzt, Bro. Sein Kopf ist nicht geplatzt. Ich muss nur... Hype... Ja. Oh, ich bin gedodged. Oh, er schießt noch auf mich. Pew, 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 pew. Oh, und jetzt benutze ich mein Medi-Kit. Heilungs-Injektor injizieren. Ah, mir geht's wieder gut. Woooo, okay, gut, dass wir nicht gestorben sind, Chat. Das wäre echt peinlich gewesen. Ich bin nicht offline. Ich bin immer noch da. Ich glaub, ich hab die Kamera kaputt gemacht. Ich gehe. Tü-düm. We're coming to an end. We're coming to an end. Was so laut. Ich kann mehrere Pokémon auswählen und verschieben. Oh, oh, unten richtig viel. Äh, dann oder knallt's gleich. Ich hab meine Mutter angerufen und hab gefragt... Also, ich hab nichts verstanden, aber okay. Äh, Grave, ich grüß dich. Mama, ist das normal, dass da so viel Scheiße aus der Ritze kommt? Ja, Schätzchen. Mama, ist das normal, dass das, äh, so viel Scheiße aus der Ritze kommt? Welche Ritze? Ja, welcher wohl. Schönen Abend, Mama, bye. Oh, shit, okay. Die American-Cocoon-Drache mit grünen Schuppen sieht bis sie aus wie Matteo hört Haar. Tut mir leid, die Haare. Die Haare. Die Brille. Die Brille. Matteo als großer Drache, der Feuer kotzt. Direkt erkannt, dass es Matteo ist, geil. Painted. Ich bin jetzt. Pff. Der Herze. Der Herze. Du hast jetzt ein. Eins, zwei, drei. Oha. herzlich willkommen beim md meldest dich zum dienst denkst es wird ein ruhiger tag nach kürzer zeit spürst du aber deinen herzschlag oh mein gott ist das cool das ist voll cool doch noch ja ja wie war die torte das war deine erste erstmal bitte das mikro nicht in mund warum ich du hast du hast gestern also okay jetzt auch noch mal für alle ihr wisst ihr wisst ja sportliche erfolge und abnehmen und so sind 80 prozent ernährung und nur 20 prozent sport hatte aber ich hab ein protein cookie leute leute wenn ihr euch desinfektionsmittel in die augen schmiert kann das ins auge gehen ich hab's verbockt ich hab's verbockt so raupi entwickelt sich raupi entwickelt sich haa richtiger oh no ja sowas weil warum ist es jetzt hässlich gut genug oh mein gott wollen wir den wurm tot sehen ja okay ich mache jetzt nichts also in dem spiel verpasst man wirklich was wenn man nicht stirbt ich sage es ist wenn ich mit seinem schwert auf seine waffe schlage er kriegt das abprallgeräusch vom blöcken was zur hölle passiert hier gerade er wird von peter pan weggezogen vielleicht können vögel überhaupt werden können die überhaupt 19 werden ich hab gar keine ahnung von vögeln ich habe gerade einen albtraum leute ich habe einen albtraum habe eine trugspitze bestellt wisst ihr was ich bekommen habe eine pizza hawaii oha aber da muss man ja rechnen können warte ich war sehr verwirrt es war schon falsch reingeschrieben es müsste 1404 sein weil die quersomme ist immer 9 richtig ja und so gibt doch auch 1404 oder ich erkläre es auch noch für den nächsten ne geil ich kenne x hamster nicht wer ist das x hamster ist x hamster nicht eine pornoseite ist das nicht die seite die nichts mit hamstern zu tun hat oh nein ja war mir klar dass halt instantly instantly die männer direkt so ja klar katja natürlich hä hä hast du noch nie was von x hamster gehört hä besuche ich jeden tag morgens und abends klar jetzt habe ich das gegoogelt oh nein wir machen feen ja hallo ich frage mich immer wie das geht ne ich kann hier fucking du hast gefragt du kriegst eine antwort ist ja gut ähm kann mir ich kann fucking kopfstand auf diesem stuhl machen ich fall nicht um wie geht denn das ich kann schlechten tagen auch mittags diese vorfreude ist so krass weil jetzt weiß ich nicht was drin ist und innerhalb einer Sekunde kann ich es aufmachen und dann weiß ich was drin ist wow kapitel 12 zwei Ja, Moin. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber man darf nicht anfassen. Weißt du was, sehe ich einen Maulwurf im Restaurant? Ja, ich habe einen Maulwurf im Restaurant. Aber was war ich da sehend? What the fuck? Versteht? Ach, das war dieses X-Hamster. Ah, okay, verstehe. Drei-Gänge-Menü. Ja. Vor allen Dingen habe ich irgendwann verstanden, wie das mit der mündlichen Note funktioniert. Ja. Und es ist schon spannend, um uns um meine Hausaufgaben zu machen. Ja. Ja. Oh nein. Ich habe einen Adventskalender und eine Story. Weil ich wusste nicht, dass... Also ich wollte ein Eis essen. Und dann hat meine Community gemeint, auf Eisdee kann ich Eis kaufen. Ohhhh. 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 Echt nicht. Wo ist mein Geodreieck? Huh? Ich habe plötzlich zwei. Wieso habe ich drei Geodreiecke? Hä? Ich habe drei Geodreiecke. Wieso? Es ist magisch. Nja! Ich habe keinen Bock. Alter. Alter. Alter, du schreckst mich halt. Ich bin cool, du wärst cool, okay? Alter Falter. Das wäre echt schön. LOL! Ey, wir haben fast dasselbe Outfit an. Bloß, dass mein Hintergrund nicer ist als ihrer. LOL! Da bin ja ich. LOL! Wir könnten glatt Zwillinge sein. Chat. Guck mal, die sieht doch aus wie ich. Wir können fast Zwillinge sein. Ja. Später zu ihr raiden. Und einen anderen Stuhl. Ja, true. Aber fast dasselbe Outfit. Guckt mal. Mütze auch da. Mütze auch da. Weißes Oberteil ist auch da. Wo ist eigentlich mein Evoli? Achja, der ist da hinten. Wenn ich aufgegessen habe, hole ich ihn mir auf die Schulter. Äh, auf die, auf die, auf den Bauch. Ob sie auch MFA ist? Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Bleibt mein Essen. Da ist mein Essen. LOL! Das war so, ich schwöre auf alles, das war so ein Schuhfall. Und das war nochmal eine andere Art von Timing. Vor allem, weil wir die ganze Zeit über Essen gesprochen haben. Wir haben die ganze Zeit über Essen und über Community Treff gesprochen. Und auf einmal kommt mir so, ha, wo bleibt eigentlich mein Essen? Und dann so, und dann BOOM! Ja, voll krass. Da ist ihr Essen. Und ratet mal, wer beim Schauen des Clips am Essen ist. Nice. Vater! Ja, jetzt hier ein A-Aussi. Ja, ja. Alter, hat er da reingetroffen? Was? Der hat damit eigentlich... Der hat direkt ins A-Loch getroffen. So. Und ich habe Taschentücher, weil ich... Ich weiß nicht, ob es jetzt... Ob es jetzt zum Höhepunkt kommt hier. Und ich vorbereitet bin. What the fuck? Äh, da sterbe ich. Okay, ich will wissen, wie er das macht. Oh, das ist eine dicke Bumme. Ich mache jetzt etwas, was ich sonst nie mache. Ich gehe Pipi machen und lasse währenddessen laufen. Ich... Ich schocke jedes Jahr aufs Neue. Meine Leute, indem ich sage, ähm, ich mag keine... Ich mag keine Plätzchen. Ich finde, Plätzchen sind wahnsinnig überbewertet. Ich verstehe gar nicht, warum Plätzchen so einen Hype haben. Äh, danke für die Einladung. Ähm, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich glaube, das ist jetzt der... Der richtige Zeitpunkt, um... Oh... Chat. Chat, was sagt ihr? Plätzchen? Go oder no? Also ja, nice oder nicht nice. Was sagt ihr? Go? Go, 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 go. Plätzchen? Nice, nice, nice. Mhm. Für alle, die jetzt go und dass die nice sind, äh, schreiben, wieso esst ihr die nicht dann im Sommer? Aber wieso holt ihr euch keinen Plätzchenteig und macht sie dann im Sommer? Weil es im Sommer zu warm zum Backen ist. Okay, dann frage ich dich, warum man andere Sachen backt. Im Sommer wird ja trotzdem gebacken. Ach krass, so viele essen, die außerhalb der Jahreszeit, weil, also... Ich weiß halt, die kommt drauf an, welche Kekse. Erstens, und diese typischen Plätzchen, kommt halt auch drauf an, wer das macht. Also ich mach sie immer nie. Wenn ich die mir halt, wenn ich die irgendwie geschenkt bekomme von irgendwen, der halt wirklich Plätzchen backen kann, dann ist halt nice, weil dann schmecken die auch gut so und dann esse ich die auch auf, aber dann ist halt auch genug so. Ist so ein Weihnachtsding, ja, schon so ein bisschen. Perfekt. Nicest Timing. So, Kitten schön darin getrickt, Leute, dass sie vorgeht. Ist wundervoll, hab ich gut gemacht. Und vielen Dank für den Follow. So, Mann. No. Heilige Scheiße. Was zur Hölle ist das? Oha. Kleines Miststück. Der sieht nicht scheiße aus. Sieht schon ein bisschen doof aus. Das sieht doch wirklich aus. Oh nein. Übrigens, auch wenn das für euch vielleicht mehr Arbeit ist. Aber kennt ihr bei den Milchpackungen diese Ringe, die man so abreißt? Da ist doch oben so ein Ring, wo man den Finger reinsteckt, um das dann so abzureißen. Generell, wenn ihr geschlossene Ringe habt von Plastik, immer einmal mit der Schere reingehen. Das ist eine Sekunde für euch mehr, kann aber tatsächlich dafür sorgen, dass eine Schildkröte weniger darin erstickt oder sich verhängt oder verhakt oder so. Voll gut. Voll gut, dass dieser Clip mit drin war. Sehr gut. Sehr gut. Ey, ich feier das gerade, dass so Clips auch es reinschaffen, die so ein bisschen einen Mehrwert haben. Ne? Die so einfach, einfach einen Mehrwert haben. Ich meine, sie hat ja recht, so Luna hat ja komplett recht, so mit diesem Tipp. Und das hat jetzt, wie lange war jetzt dieser Tipp? Keine Ahnung, 15 Sekunden, 10 Sekunden? Und sie hat ja halt recht. Und letztes Mal hatte sie auch recht mit der LGBTQIA plus Community. So. Und das finde ich jetzt super. Und man bedenke, Katja mag es, wenn es gute Messages gibt. Genau. Und deswegen finde ich das super, dass Luna in der letzten Zeit immer mit solchen Themen hier reingeschnitten wird. Das finde ich super. Ja. Stickt oder sich verhängt oder verhakt oder so. Es gibt gerade aus dem Chat eine Frage an Sonja. Und zwar, ob du dir hättest vorstellen können, dass du mit fast 30 noch streamst. Ich bin erst mal 26, also ich bin Mitte, Mitte 20. Ich sehe hier nur, die Regie bringt mich hier in Teufelsküche. Oh nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ach super, Schubtausende. Wie knapp, was was denn? Minus 6 und du bist 58. 58, sah sie gut ab. Boah, Digga, das war richtig knapp, Alter. Heftig, heftig. Das war übel knapp. Aus. Komm, wir reden mal mit der Julia. Peace to you. What is your name? Heute sehr schwach. Gut, dass auf Sabrinas Mütze der Körperteil draufsteht, wo die Mütze hingehört. Kennt ihr diese ganzen dummen Leute auf der Straße, die immer so Mützen am Ellenbogen haben oder am Fuß oder so, weil die nicht wussten wohin damit, weil das nicht drauf stand? Sie hat gerade meine gesamte Perücke zerstört. Tiere sind tolle Menschen. Wow. Genau. Fünf Sekunden, dann mach ich zu. Fünf. Vier. Drei. Äh. Äh. Ja, scheiß auf die Finger. Zwei. 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 Katja hat ihre Weisheit. Ja. Da ist Blood and Wine. Endlich sagt's mal jemand. Ziermesische Drillinge, ja. Ich bin zweimal drin, Alter. Ich fühl mich grad richtig, richtig krass. Und vor allen Dingen guckt, weil da doppelt TCG zu sehen einfach. Digga, das sieht ja richtig lustig aus. Guck doch mal, das sieht doch voll lustig aus. Weil einfach die Szene eins zu eins dasselbe ist. Guck doch mal. Das sieht einfach funny aus. Reactionception, ja man. Im Mund. Nein. Bei mir sieht's aus wie ein Po-loch. Po-loch. Ja. Ja. Ich bleib dabei. Ich hab hier vorne dieses Fitzelchen nicht, was dann halt so dieses Herz formt. So hab ich nicht. Bei mir ist es einfach nur ein Kreis. Ich bin versucht, aber das mach ich nicht mit euch. Paul bist... Nee. Paul nicht. Nee. Ich glaube ich ja. Jaaaa. Jaaaa. Ich hab einfach nur ein Loch. Oh, er... Oh, er hat's auch. Flo hat's auch. Ich hab Batman. Da macht ihr irgendwelche kommigen Screenshots draus und legt mir irgendwelche Sachen in den Mund, die da nicht rein gehören. Nein. Sie hat zwar das Zipfelchen hier, hat aber hier unten nicht diese... also hier unten ist es bei ihr zu glatt, weswegen es kein Herz... also dass da kein Herz formt. Nee, da ist einfach nur ein dreckiges Loch. Wo bist du von... Ahien. Das glaube ichmals rein. Wo bist du denn? Oh... oh shit oh god oh god ja nice so da ist so das kam unerwartet ja das kann wirklich unerwartet was wir schicken noch ein bisschen ab ok cool haben wir auch gemacht so reaction für tcg ist da meine lieben und nicht vergessen ganz wichtig vor allem zur weihnachtszeit ist es so unfassbar wichtig diesen kanal zu abonnieren ja ein like da zu lassen einen netten kommentar vor allem unter diesem reaction video ganz wichtig netten kommentar und also nach dem motto ich habe es gesehen oder so wäre nice und und auf jeden fall schaut bei ihm bei patreon vorbei ist auch ganz wichtig denn es ist weihnachtszeit tut was gutes und zeigt twitch clips germany eure dankbarkeit für diese nice für diese für diesen für dieses nice video und für seine für seine mühe und jetzt sagen wir alle tschüss youtube tschüss youtube tschüss 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 youtube tschüss 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 youtube wir haben jetzt rein weihnachts katja weihnachts katja sagt jetzt auch tschüss genau wie mein chat guckt sie sind alle artig ähm wichtel katja sagt jetzt tschüss und wir sehen uns bei der nächsten reaction tschüss 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 t...